Yay! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! So, da die Erklärung zu Challenge Monday, was genau das ist, ein bisschen untergeht am Anfang, verweise ich hiermit nochmal auf die Videobeschreibung, da steht das Ganze nochmal ganz genau drinnen. So, das war's auch schon und jetzt viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Challenge Monday. Kann nicht. Wir haben uns... Äh, ja, es geht schon los. Wir spielen Chip-Uri, Challenge Monday. Wir haben uns eine Challenge gestellt, in dem Fall ist es... In dem Fall haben wir die Maus invertiert, das Drehen nicht, wir haben es mit Drehen probiert, aber... Ja, nee, dafür was. Ja, ich muss ja auch mein Kind machen. Ein Chip-Uri eigentlich ein ganz cooles Spiel. Ja, komm. Einfach ein ganz kleiner... Bara for... warum verbeugst du dich ganz alt? Garnetcher, hä? Du verbeugst dich die ganze Zeit. Geht nicht anders. Ich versuche das nicht zu machen, aber es passiert einfach. ich kann irgendwann ein Loadout nicht changen, das finde ich nicht so geil ach so, ja, ich bin dabei, ich, René, hallo ja, stimmt, ja, ich und René sind auch mit dabei das ist mir gerade mal so eingefallen Lass dir dabei sein, ich bin dabei, ich bin dabei oh, du Pisser du konntest auch abwehren ja, René, stirb Alter, Max oh nein 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 also René schon relativ gut danke Weil ich invertierte Steuerungen über alles hasse. Das war ein Schein. Aua, nein, ich will... Oh Gott. Ich stirb. Alter, Marisch, ist das nicht so? Was? Das war nicht getroffen. Alter. Geh, dodged, Junge. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Nein, das ist nicht. Aua. Okay, los geht's. Aber, oh, ich hab immer drüber dich, äh, drüber dich. Drüber dich. Drüber dich. Nein, ich auch. Boah, scheiße. Sack. Ich brauche mal, ich hab das Ding genommen, damit ich Gott sei, um mich auszurichten, sonst ist gar nicht klar. Was ist das? Das wird beinahe. Was ist das? Nein! Was ist das? Alter. Au, 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 aua. Oh, du Sack. Was zum? Nein. Hinter dir. Alter. Au, 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 au. Au, 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 au. Au, 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 au. Was zum? ich ich da auch ein alter das ja ich bin der Ollol was er hat David er wurde die Reise was das sind die Wörter Bede... Aua, tschüss. Du Arschloch. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Will ich nicht. Alter, im Arsch, wo bist du? Oh! Nein! Scheiße! Geise, ich glaub's halt. Aua! Oh nein! Aua! Nein! Aua! 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 Das gibt's nicht. Das ist lecker, ey. Ach, zu Scheiße. Alter, im Arsch! Also, so lang's und wird's ein bisschen, muss ich sagen. Ein bisschen. Ja, nein! Scheiße, Arsch, ey. Nichts vor mir gar nicht wird. Heinz, die Sitzung. Das ist, danke, dass du in der Schaden nachdenkst. Das ist, danke. Wo sind nun mal mitgegangen? Alter, nein! Ich hab' dir nichts geschlagen. Alter... Nein! 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 ich bin der Abschnitt nix kann in der Hintergrund bei meiner 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 meine meine ich ich treffe ich doch bin ich halt schweißig Alter! Was guckst du mich denn so an, Junge? Ähm, Achtung, hinter dir! Ja! Oh, nein, ey! Ich wollte eigentlich nur mal Ganesha damit Oh, fang! Das ist so unfassbar Ja! Aua Alter! Nein! Ach du! Alter! Komm, ich probier's auch mal Oh, fuck Alter, geh dich auf! Das ist meine, David dir weg! Weg! Alter! Am Arm! Oh, nein! Was doch! Oh, fuck! Alter! Schälen zertrümmert! Was gibt's doch nicht? Er lässt sich auch von dem Lappen abziehen! Ja! Fertig! No Nein, ich habe dich nicht leicht gestochen! x2 Stab! Daher Achtung! Alter, das kann gar nicht sein! Alter! Nein, du schaffst nach unten! Das ist doch scheiße! Nein, so nicht. Alter. Nein, nein, nein! Wer schau denn aus? Nein, nein, nein! Ich hab mich hochgeschaut! Das ist nicht, dass wir jetzt das Dreh aufgedacht haben. Das hieß es, wir uns wohl, dass ich jetzt da aufgeholt habe. Wir haben's doch wieder geändert. Ja, ich weiß, aber ... Dadurch, dass ich ... ... dass es richtig kacke ist. Ey, fick dich! Nein, nein! 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 Das gibt's nicht, ey! Das ist René wieder gleich auf mit mir! Oh, oh, noch eine Minute! Gibt's nicht! Oh nein! Oh scheiße, ich hab schief zum Tappt gegriffen! Wo bist du, René? Das ist mir versteckt, weil ich drauf schackt! Ja, ich hab ihn! Nein, kenn ich nicht! Hast du nicht! Hast du nicht! Hast du nicht! Hast du nicht! Was ist denn jetzt? Alter! Hörst du auf, auf ihn drauf zu haben? Ah! Lock doch, du Erschluch! Das ist doppelfest! Das gibt's nicht, ey! Scheiße! Scheiße! Was noch? David Killian! David Killian! Nein! Das ist... Neulich hab' gewonnen! Was sein Glück! Alter! Oh lol! Oh nein! Haha! Macht der Zug! Noob, noob! Wollen wir vielleicht jetzt mal das Drehen in einem Uhr inventieren und das andere nicht? Sollen wir mal wechseln? Und bei wie viel sind wir denn? Also 10 Minuten knapp! Dann lass uns das machen! Gut! Also, kurzer Cut! Machen wir jetzt noch ein Spiel! Aber spielen wir nur die Mapper! Machen wir jetzt das Drehen inventiert, aber die Maus nicht inventiert! Ja, so lange... Okay, ich glaub's sagt... Ach, zu scheiße! Oh, nein, es heißt... Ja! Boah, ich find das Drehen ein bisschen schlimmer sogar! Neulich hin! Neulich hin! Alles trainiert... Das trainiert... Das äh... Kreuzdenken... Hopp! Oh Gott! Jetzt... Jetzt die Anschluss! Das funktioniert! Das ist überhaupt nicht! Ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin! Was ist das? Wo schlagen Sie auf den? Ich... Ich... Ich weiß nicht! Ja! Was ist das? Wo bist du? Ach, da... Ich hab' da... Ja! Nein, ich will nicht! Ich muss nicht richtig leller! Was? Was? Nein! Da bist du jetzt... Entschuldigung! Nein! Wie kann denn damit zu gut rumgehen... Das geht nicht! Ich kann damit nicht mal laufen! Oh, leil... Oh, leil... Dass man ein Schild getroffen! Tja! 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 stattdessen ich hatte schritte ich muss mich bewusst ich hätte mich schon mal da raus immer diese Scheiße zu stechen zu stechen nein ich hätte meine Maus nicht mehr legen sollen ja Backstep Backstep ja ich bin so Gott alter ich finde das ist einiges schlimmer wenn nur das drehen invertiert wo passiert hier was am Arsch der Ehe ich bin zufrieden Prozesse jetzt schon mal dass ich nicht eingehen das ich kann er ja hätte ich nicht mehr da Alter! Oh! Oh! Oh noch präzise geköpft! Achso! Oh, falsche Richtung! Ey ohne Scheiß! Tsch! Falsche Richtung! Geil! Was? Oh! So! Alter! Oh lol! Ist das nicht eh? For the glory! Nein! Ich glaub ich hab mir dadurch das ganze Spiel Ja! Ich glaub schon Also ich glaub sobald's wieder normal ist Toffes! Dann weck ich euch wieder! Alter, geh weg mit deinem Theten! Ich spiele einfach nur noch invertiert, auch wenn ihr normal spielt Scheiße! Oh ja! Ja! Was für genug Ah! Ah! Dreh und Schlag! Dreh und Schlag! Dreh und Schlag! Dreh und Schlag! Dreh! Boah! Ja, aber da bewege ich mich! N- Nein! Silbleim! Nein, ach schade ich mach! Doch, ich könnt schlaz! Was?! Ich kann nicht zähle i.. Was ist das?! Scheiße! und schlagig der Dauer als Buchheit der Gubel jetzt kommt er nicht mehr klar der Gattentrenz bis zu ein Ticket aber wir sind von überwinden wir das Haus noch St in der Fuß andere Richtung Leben nebenan da hat also das Volk ausgedrückt und ich habe nicht gehört dass sie wirklich sind ich konnte ja es ist es war nicht es ist und fast nicht auf jeden Fall ist es umfassend ich weiß nicht wo ich bin ich weiß wo du bist ich weiß aber nicht wo ich bin ich weiß dass ich nur bald keine Muster was zum ja Aua Nein Aua nein Nein Aua 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 okay los geht's Moment aus dem Ort 4 es ist sehr Aua Aua Ja! Den letzten Schuss den ich aufgerufen habe Was ist das Spiel so schlecht, ey? Oh, lol Okay, den Bogenschütze geht überhaupt nicht Du hast voll geruhlt mit den Bogenschützen Ja! Aber das war für mich gerade auch nicht machbar Ich hab nicht ziehen, weil ich voll durcheinander gekommen Es waren eher mehr Luck-Shots, glaube ich Und auch, weil wir Stegen geblieben sind Eine Zeit lang Ja! Ja! Geh mit deinem dreckigen Stock weg, ey! For the glory! Ich finde bei so ner, so ner So ner, so ner So ner, so ner So ner, so ner, so ner Challenge, da müssen wir ja solche Wacken Ach so Ja komm, ich mach einfach die nächste Challenge Es ist einfach nur mit den Fäusten So, auch! Zwei Männer Gegner Ere, so ner! Was ist das Spiel , das wird nicht dauernd Ich muss unfair sein den Punkten zu bekommen So, das wird jetzt ganz schön Oh, 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 oh Was ist das Spiel? Was ist das Spiel? Oh, 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 oh Wer stellt sich mir als Mann und käft so den Treuen? Kannst du langsam mal sterben jetzt? Aber nicht gegen René, nein, nicht gegen René, hier gewinnt. Danke. Ja, dann muss ich auch wohl den Stock nehmen. Nein, musst du nicht. Jetzt mal, ha, oh. Ampel, der zwei mit dem Packstock rum, ich glaub's hackt. Oh. Nein, es hackt eben nicht, es stockt. Ich schau nur auf... Ey, das, ohne Scheiß, das Drehen invertiert geht gar nicht. Es geht so nicht klar, ey. Dadurch, dass das Drehen invertiert ist, glaub ich, die ganze Zeit, dass das... Dass das, die Maus selbst auch noch invertiert ist. Ich... Ich sag immer in die falsche Richtung. Ja. Arm Arm. Meiner. Oh lol. Schlepp da! Okay, sehr schlecht. Ich bin nicht letzter. Gibt Leute, die da noch schlechter sind als ich. Gibt Leute, die da noch schlechter sind als ich. Zuschauer an. Hoffentlich hat euch dieses neue Format Challenge Monday gefallen. Kommt übrigens am Montag, wenn ihr das seht. Weil... Seht ihr wieder, wie toll ich glorreich und siegreich war. Gut. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Tschüss. Rib잔. Tschüss. Lass twoð Beats. Dria. Göhm. ... Lass Sieben.